Wie heißt das nochmal? Oh, das muss ich gleich mal googeln. Lass uns auch mal wieder treffen, ja? Ja, du gerne bei uns. Wir haben uns hier auch wieder ganz besonders gemütlich heute. Das war wieder Stromausfall. So machen wir's. Ja. Ich dich auch. Ciao. Sag mal, wo warst denn du? Ich hab den Müll weggebracht. Möchtest du auch einen Espresso? Gerne, mit Zucker, ja? Lass doch die Spüle, ich mach das gleich. Dann bin ich schon fertig. Ja, aber das musst du ja nicht machen. Einer muss es ja machen. Ich hab doch gesagt, ich mach es gleich. Ich hätt's ja auch schon längst gemacht. Schätzchen, hätte, hätte Zigarette.